Hallo, mein Name ist Marco Miosic von Webseiten Meister. Wir helfen Geschäftsführern aus dem Bau- und Handwerksbereich, wie sie an qualifizierte Mitarbeiter kommen und das trotz Fachkräftemangel. Du kennst das Problem. Du schaltest Anzeigen in Zeitungsportalen, im Internet, auf Stellenportalen und es kommen einfach entweder schlechte oder unqualifizierte oder gar keine Bewerber. Das ist ein großes Problem, weil du hast ohne Ende Kundenanfragen, die auf deinem Tisch liegen. Du kommst gar nicht hinterher, die ganzen Angebote zu bearbeiten. Oder Mitarbeiter gehen in Rente, gehen in Elternzeit oder wechseln, weil sie umziehen. Die Probleme werden immer, immer größer mit Mitarbeitern. Und du denkst, was kannst du jetzt noch machen? Du bist am Verzweifeln. Das Problem mit Stellenanzeigen ist, du sprichst halt nur Leute an, die gezielt auf Jobsuche sind. Und das sind die wenigsten. Und dabei ist es egal, ob du Leute auf Jobportalen, im Internet, auf LinkedIn, Xing oder anderen Portalen ansprichst. Du suchst nur gezielt wechselwillige, aktiv wechselwillige Leute. Denn allein durch diese Vorgehensweise entgehen dir 70 bis 80 Prozent der potenziellen qualifizierten Bewerber. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die Bewerber, die aktiv suchen, bewerben sich ja nicht nur bei dir. Die bewerben sich auch noch bei zehn anderen Unternehmen, weil sie ja aktiv auf Jobsuche sind. Und wenn du denkst, okay, da ist ein guter Bewerber und er war schon mal bei dir, du hast Interviews geführt, dann unterschreibt er plötzlich woanders, weil er ja sehr viel Auswahl hat und nicht unbedingt auf dich fokussiert ist. Und das ist ein großes Problem, weil du dann viel Zeit und Geld investiert hast in einen potenziellen Bewerber und nichts dabei rausgekommen ist. Und das geht schon seit Jahren so und wird immer schlimmer und schlimmer. Aber es gibt eine Lösung und zwar den sogenannten latenten Arbeitsmarkt. Was ist der latente Arbeitsmarkt? Laut einer Studie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind 75 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job. Das heißt, sie sind offen für einen anderen Job, wo sie ihre Talente und Fähigkeiten besser zum Ausdruck bringen können, sich besser einbringen können als in ihrer jetzigen Position. Ich selber war 25 Jahre lang Angestellter und kenne das Problem aus eigener Erfahrung. Deshalb habe ich mit meinem Team ein System entwickelt, wo wir Unternehmern wie dir helfen können, die offenen Stellen mit genau diesen wechselwilligen Personen zu besetzen. Wir haben schon vielen Unternehmern, Handwerksbetrieben und Ingenieurbüros geholfen, die passenden qualifizierten Mitarbeiter zu bekommen und ihre Stellen dauerhaft zu besetzen. Und das ohne viel Zeit und Geld zu verschwenden. Und ohne Personaldienstleister und Headhunter. Unsere Kunden bekommen innerhalb von wenigen Wochen hochqualifizierte Bewerber und können sich den Besten oder die Beste aussuchen. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das, indem wir unsere Kunden auf Social Media so positionieren, dass ihre Wunschmitarbeiter sie automatisch sehen und sich von selbst bewerben. Und zwar bewerben sie sich aus einer festen Position. Das heißt, sie sind super qualifiziert, weil sie schon den Job machen, den du brauchst und sind voll im Saft. Denn mit unserem System schaffen wir es, die Leute anzusprechen, die nur latent, also unterschwellig, auf Jobsuche sind und unzufrieden sind mit ihrer jetzigen Position, aber nicht aktiv suchen. Aber durch unsere Methode werden sie halt aktiviert und kommen auf dich zu. Denn es gibt oft tausend Gründe, warum sie unzufrieden sind mit ihrer jetzigen Position. Sei es, dass der Anfahrtsweg zu lang ist, sei es, dass die Projekte sie langweilen, sei es, dass sie keine Aufstiegsmöglichkeiten haben, sei es, dass sie mit ihrem Chef nicht zurechtkommen. Es gibt so viele Gründe, die wir ausarbeiten, die dich unterscheiden, sodass sie genau zu dir passend sind. Und genau da setzen wir an. Wir schauen uns an, was dein Unternehmen von anderen Unternehmen unterscheidet und arbeiten das laserscharf raus, sodass nur Leute sich angesprochen fühlen, die genau diese Attribute wollen und die sich absolut von dir angesprochen fühlen, sodass das richtige Töpfchen zum richtigen Deckelchen kommt. Und damit setzt du dich entscheidend vom Wettbewerb ab. Denn du suchst nur passende Leute, die zu dir passen und langfristig dann auch bei dir bleiben. Denn mit unserem System bekommst du nur Bewerber, die fachlich und menschlich zu dir passen. Denn wir qualifizieren die Bewerber vor, sodass nur die Besten und Qualifiziertesten auf deinem Tisch landen. Und dann entscheidest du, wen du davon einstellen willst. Dadurch verschwendest du keine Zeit mit unqualifizierten Bewerbern und kannst dich voll auf deine Firma und das Wachstum fokussieren. Du willst wissen, wie das Ganze funktioniert? Dann klicke hier unten auf den Button und melde dich zu einem kostenlosen Beratungsgespräch mit uns an. In diesem Gespräch erarbeiten wir eine Strategie für dich, wie du nachhaltig sichtbar wirst im Internet, damit sich qualifizierte Bewerber bei dir automatisch melden. Denn mit unserem System hast du ein für allemal das Problem des sogenannten Fachkräftemangels gelöst. Du hast jetzt die Wahl, entweder weiter mit den althergebrachten Methoden zu arbeiten und zu hoffen, dass mal ein oder anderer guter Bewerber dabei ist, oder du gehst einen neuen Weg und informierst dich bei uns kostenlos, was alles für dich und dein Unternehmen heutzutage möglich ist, um an qualifizierte Mitarbeiter zu kommen. Also, klicke auf den Button unter diesem Video und vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns.